der rückspiegel funktioniert ja sogar das fällt mir jetzt erst auf wir haben funktionieren rückspiegel vor das habe ich gar nicht gesehen die seitenspiegel funktionieren ja auch richtig aber wie was was das fällt mir jetzt erst auf hier nicht ein standard kack bild das funktioniert aber ich habe mich super schock was denn ach man ich habe auch waren super dass die rückspiegel funktionieren aber gut dass die rückspiegel funktionieren jetzt fahr ich wenigstens wenn die rückwärtsfahren nicht überall gehen ja